Was ist das denn zur Hölle? Du sagst gerade, es soll hier regnen. Wo ist es hier? So, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Ich hoffe, das geht von der Lautstärke. Aber müsste gehen, ne? Wenn es zu laut ist, zu leise ist, Bescheid sagen. Ich habe richtig Bock. Ein Kilometer. Ja, wahrscheinlich, ja. Das Update ist halt auch so useless gerade. Hauptsache, man hört mich noch. Ja, richtig. Ah. Ich muss jetzt schon in die Einstellung, dass ich noch in die Einstellung... Aber sagt, was ich mich noch im Kopf ist, aber hier reingéster auf einmal. Ich bin bei 14 Jahren, Wie geht's dir heute? Ja, Bauchheben macht halt immer noch so ein bisschen Mucken. Sonst soweit eigentlich ist ganz gut. Bauchheben. Ist das eine Belohnung, wenn ich die hier alle da hinten hin stapel? Kann ich die überhaupt stapeln? Geht doch nicht. Ich muss den ganzen Knöpfe ausprobieren. Wie habe ich gerade das Licht an? Okay, check. Nicht gut, gute Besserung. Nee, ich bin es halt gewohnt. Das ist ja eine Krankheit. Deswegen, äh... Ich habe jetzt, äh, vorgekocht heute. Ich habe Kartoffeln und... Möhren gekocht. Und... Ich habe... Es gab es heute zu essen und wird es morgen auch noch mal zu essen. Kannst du das greifen? Wobei, du, es gibt aber nur Kartoffeln und Möhren, ne? Also nichts anderes. Vielleicht werde ich mir noch ein bisschen Fleisch holen und dann am Wochenende komplett mal auf, äh, wunderweitiges verzichten. Oh. Ich glaube, es kann nur noch ein Tucken leiser, ne? Ich habe Gott sei Dank bei so einem Wetter eigentlich nie wirklich... Was machen die Tasten hier? Halt ganz gut. Es ist vom Vorteil tatsächlich. Ich habe jetzt einen Freund. Was mache ich damit? Kann ich den mitnehmen? Ich bin nicht wirklich junger. Ja, same here. Äh. Was mache ich denn jetzt mit der Puppe? Kann ich schmeißen? Ne, Mäuchen jetzt nicht. Jetzt bin ich am Spielen. Ich muss den Kuschel gerade haben. Rennen kann ich nicht, ne? Halt. Warte, drücke A. Aha. Errungstab frei geschaltet. Nervöse Sprünge. Au. Voll daneben gelandet. Ha. Guck, halt hier. Das ist wichtig. Das nehmen wir mit. Ah ja. Kann ich den Brief aufnehmen? Ich habe Little Nightmares nie. Ich habe das angefangen zu spielen. Ich nehme mir mal eben den Stuhl weg, ne? Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Ähm. Ich habe es aber tatsächlich nie zu Ende gespielt. Aber ich... Ich bin auf dem Schiff. Wolltest du das Klopapier mitnehmen? Ich erschrecke. Und gegen die Wand springe. Gibt es Ärger. Warte, ich muss das Klopapier mitnehmen. So. Äh. Ja, man bloß gut, dass ich es mitgenommen habe. Warte mal, da geht es bestimmt weiter, oder? Da sind Schuhe drin. Warte mal, wo geht es denn hier weiter? Ja, ich... Ich bin ein Kackwurm. Hier. Äh. Ich glaube, das sind die Speicherpunkte, oder? Hätte ich da rechts noch lang gehen können? Stimmt. What? Oh Gott. Oh. Ganz schön stark, die Kleinen, ne? Willst du dir noch was angreifen? Greifen. Ja, mach doch da. Hopp. Komischen Wichtel, ne? Hier. Hier. Ah! Steffen! Äh. 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 Warum? Was macht der? Nein, 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 nein. Follow me, let me waste your time, set up the... Steffen giftet at tier 1 sub... Bisschen los mit euch! So put your hand in my, follow me, let me waste your time, set up the... Wir scrollen, Mann. Steffen giftet at tier 1 sub... Master Spike 23. Was dauert jetzt im Moment? So put your hand in my, follow me, follow me, let me waste your time, set up the... Steffen giftet at tier 1 sub, du Ishaner. So put your hand in my, follow me, let me waste your time, set up the... Steffen giftet at tier 1 sub, du Shokyo unter Strich TV. Steffen, du wahnsinniger. Vielen, vielen Dank für deine fünf verschenkten Subs. An Bex, an Kaysex, an Shoko, an Ishaner und an Master Spike. Dankeschön und wunderschönen guten Abend erstmal. Hirnbrützel, was ist das denn? Falscher Knopf. Was, Hirnbrützel? Wie geht's dir, Herzchen? Und vielen, vielen Dank, Dankeschön. Soll ich laufen, oder? Kann ich rennen? Äh. Äh. Ich komm hier nicht raus. Nein, nein, nein. Wollen wir hier wieder raus? Wir sind wahrscheinlich falsch gelaufen, oder? Ich kann nicht springen, wenn ich hier drin bin? Oh, wow. Wollenlust. Steffen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, ich hab ein Problem. Wie lange spielen wir das Spiel? Wie oft bin ich gestorben? Zieh. Kann ich da irgendwie drauftreten? Oh Gott, nee. Äh. 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 Oh. Ist das schon gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaub, an der Stelle hatte ich keinen Bock mehr, weil ich schon gespielt habe. Ich hab doch Hüpfi gemacht. War's nur die Frage, muss da ja hinten irgendwie durchkommen, oder nicht? Die lassen einem halt auch keine Zeit, ne? Aha. Okay. Ja gut, easy. Ah. Und weiß nicht, wo er liegen soll gerade, ne? Und zusammen. Hallo Spike. Viel Spaß mit dem. Wie? Mozart. Ist du da? Und weiß nicht, wo er liegen. Bin ich hier alleine? Nee, muss ich mich ver- Warte auf mich. Ich werde jetzt knuddeln. Hallo. Oh Gott. Kühne Matte. Kühne Matte. Äh, für den Hund, oder wie? Also, ich hab tatsächlich auch irgendwo eine. Die hätte ich mir theoretisch doch an Popo packen können. Unter dem Popo. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Tatze. Also, mein Hund legt sich nicht drauf. Just saying. Die legt sich daneben. Deswegen hab ich die tatsächlich bis jetzt immer. Deswegen hab ich die bis jetzt immer, äh, genutzt. Dann leicht groß. Ja, ne? Also, meine legt sich da tatsächlich überhaupt nicht drauf. Wenn ich sie dahin platziere, dann ja. Aber das war's dann auch. Oh Gott. Nee, ne? Kann ich mit dir irgendwie rennen? Aha. Ich bin fürchten, dass sie sich vielleicht nicht drauflegen. Nun hast du was. Was, das kannst du denn? Also, ich mach das tatsächlich, wenn es hier wirklich sehr, sehr war. Aktuell macht ja Blasi-Hase einen ganz guten Job hier. Und, ähm... Ach, jetzt kommt das, oder wat? Ich hab noch einen Fußbad hier unter meinem Schreibtisch stehen, tatsächlich. Man sollte auch springen. Scheißer. Mal. Das ist aber ein schöner Schnippie. Den braucht man nicht zu verstecken. So, frist gedertet, frist geduscht, abschließt. Halle, Schnippie. Oh, was war das denn? Was denn? Ich hab mich jetzt... Ich hab grad meine Füße in das eiskalte Wasser, was jetzt zu meinen Füßen steht, reingepackt. Mal liest... Mami. Big Brother is watching you. Ah. Hier hinten, also der Hund weiß halt nicht, wo sie liegen soll. Das ist halt aktuell das Problem hier. Was war was denn? Auch eben duschen. Ich komme mit. Push-Stream heute. Scheiß auf Pool. Ey, Pool hat jeder. Dusche. Warte, noch mehr Klopapier. Packen das mal vernünftig. Und nicht. Nee. Mach ich aber erst die Sauna an. Das kannst du knicken. Zum Reinschauen. Er ist. Benutze. Was? Umschauen. Habe ich doch. Da kann ich nicht durch, weil da kriege ich ein Britzel. Irgendwie kann ich die Tür wieder zumachen? Richtig drücken. Nee, äh, bewegen einfach. Aha. Guck mal. Hälpst du bitte zu? Schöne Poolpapier, ne? Nee. Six. Mach doch nicht den. Ich bin voll süß, wie die Leine. Hallo, geh rein da. Geh durch. Nee. Oh. Oh, ich will... Oh. Wir schaukeln. Kann ich schaukeln? Schrocken. In. Nee. Okay. Gürste. Gut. Ihr sind da oben Puppen? Okay, ich bin raus. Okay. Muss ich mich beeilen? Also... Aber das Problem ist ja... Entschuldigung. Ah, okay, Moment. Da kommen wir wieder zurück. Da oben, seht ihr das? Weg. 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 Da wollte ich tatsächlich nicht hinspringen. Ich muss da hinspringen. Und aus Protest? halt so gar nicht creepy also muss ich durchrennen, wa? das wird doch wieder nüscht das hatten wir doch gerade schon nein, äh ich bin in den Chat wir schafft Zeit, wo sind wir denn hier? also ein Schiff ist es bestimmt durch dieses ständige Hin und Her Ackeln das Auge darf uns nicht sehen, oder? liege ich da falsch da hinten oh mein Gott ich rette dich wenn ich hier hochkomme ich komm hier nicht hoch was soll ich tun? mein Gott ich werde es mal speichern aha kann ich mich auch irgendwie hangeln oder so? könnte man gerade ein bisschen in den Raum nehmen an geht da nicht da genug ich werde es mal mit überlegen klar sehr gerne warte, nächst du wieder rüber? geht da nicht automatisch rüber, ne? ich wollte ihn retten weg ich brauche gerade vielleicht die Käfig gerade die Treppe genau oh hallo habe ich den gerade geknuddelt? habe ich den geschmissen? warte ja, ich will Licht anmachen warte kurz wie ist hier Blut? der Lott ist wie nah da läuft mir jetzt hinterher der kommt jetzt mit, oder? komme ich hier nicht mehr hoch komme ich hier noch hoch? du stehst ein bisschen im Weg ich habe dich jetzt geknuddelt wir haben dich ich habe dich lieb wie süß, ey das war es mir wert hallo, hey, wenn wunderschönen guten Abend was ist hier? herzlichen Willkommen an alle, die die neu dazugekommen sind schnappig was zu trinken was zu knabbern da geht es weiter ich glaube, ich darf unter uns ist Big Brother was ist denn hier los? hallo, Glenn wir spielen Nightmare wie geht es dir? ich wollte gar nicht äh ich habe einen üblichen Spruch das Kinderhände na klar das meine Hände ich glaube, die von Six sind kleiner, oder? das haben wir ja nun schon gelernt äh wie süß die rennt, ne? voll süß oh, Little Nightmare ist fein noch Monster, bist du ein Puschel? so ist es schon besser, Dylan besser? ja du bist nicht du, wenn du hungrig bist wer ist er denn? wer ist er denn? wie süß ist das denn? mein, äh Controller riert in dem Herzschlag von Six was ist das? kann mich jemand gleich daran erinnern dass ich meine Füße wieder aus dem Wasser raus nenne? das ist ein Problem hier, ne warte mal hier wieder hoch, ne? schau mal die Füße aus ja, muss ich auch noch mal ich kann auch schnell krabbeln ich hab mal ein bisschen Entschuldigung ich muss die Füße aus dem Wasser nehmen das ist George George ist einsam er macht sich über seine langen Arme lustig deswegen findet er auch keine Freundin dabei sind sind die so praktisch man kommt auch in den letzten Ecken zum Armer George er stimmt, ne? Entschuldigung oh, ich fühl dich so sick so ging es mir gestern, ne? sollt ihr dieses leise schnaufen? ist das? doch nicht Oh, oh, oh.